Okay, so, wo müssen wir hin? Hier gleich rechts. Ist schon wieder eine. Ja, da ist schon einer bei. Eine Bunny. Ist die schon fertig? Ich gehe mal zu A. Okay. Du A ist bestimmt, was auf dich zukommt, ne? Du musst Teile sammeln oder Bomben? Nein. Verteidigen. Ach so, ja okay, ich stehe hier rum, das schaffe ich. Da hinten kommen ganz viele, ich will auf das Fassdings schießen hier, wenn sie denn da sind. Okay. Oder du machst es einfach kaputt. Ich mache sie alle kaputt. Ja. Hier sind Gegner bei mir. Jetzt nicht mehr. Ich will überall hinlaufen und die Sachen einsammeln. werden. Oh, das war's. Okay, ich mute mal kurz. Da war noch was gelbes. Ein Sternchen auf meine Karte. Ich geb das Ding mal eben ab. Jetzt grapple doch mal. Verteidigungsunterstützungssensor. Uh, der ist bestimmt gut. Ja, wird angezogen. Und auf zu B. Okidok. Das kann ich. Ach, ich muss da gar nicht drinstehen, damit das klappt? Doch, muss schon. Nee, wenn ich daneben stehe, geht's trotzdem. Genauso schnell. Es darf nur kein Gegner drinstehen, ha? Wahrscheinlich auch. Oi, oi, Standbild. Oh, oh, okay. Wann hab ich denn die Waffe gewechselt? Oh, 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 oh. Und fertig. Okay, das war's. Jetzt heißt es abgeben wieder. Erstmal heißt es looten. Das ist ganz wichtig. Welches looten wichtig? Ja gut, für mich ist es nur für meine Trieger hier, wenn überhaupt ein Urteil. Geld droppen die auch? Geld? Ja. Nee, das brauche ich nicht mehr. Das war jetzt wieder in diese blöde Bums-Kamera reingezogen worden. Ich kann grad noch nicht. Was kannst du noch nicht? Der eine Typ da, der macht gerade Missionen und seine Freunde haben mich mit reingezogen. Ach so. Das macht nichts. Deswegen kann ich noch nicht mit zur nächsten Missionen. Ich muss jetzt warten, bis er da fertig ist. Ja, du kannst ihm auch helfen, oder? Mhm. Oder aus Protest schon nicht. Genau, aus Protest. Ach, ist das die mit den... Mit den Bomben. Aber wie weit ist er schon? Er ist schon beim Bomben-Teil. Oh, das nervt doch. Die sind ja zu zweit. Ich geb erstmal ne Bombe für die ab. Damit die hier mal ein bisschen schneller sind. Ich bin ja zu zweit. Ich bin ja zu zweit. Ups. Der Gaffer war es wieder So, jetzt kommt der raus Mhm, ja Ging gut Du wirst schon wieder belebt Ja So, jetzt können wir los Es sei denn, er startet noch was anderes und wir kommen da mit rein Er startet nämlich bestimmt jetzt das, was wir gerade gemacht haben Das kann sein, ja Oder sie looten einfach nur Wenn sie am Farmen sind, dann starten sie dieselbe Mission 3000 Mal Spaßig Spaßig, spaßig Hier liegt ja ein Zeug rum Was ist das da? Ui Hier wird's lustig Hier müssen wir verteidigen Ich höre gerade Hauptfrau Harris zu Und gucke ein Video Jetzt nicht mehr Ich bin schon in der Mission drin Ja, ich auch Nur noch nicht an Ort und Stelle Ja, ich bin 15! Ich weiß schon, dass wir verteidigen müssen, ne? Ich versuche hier einen zu töten. Aber ich bin halt nicht so stark. Also, ich muss da halt ziemlich lange draufschießen, bis sie überhaupt sterben. Außer sie haben eine Bombe im Bauch, dann geht's. Ja, als DD hat man's nicht leicht, ne? Mhm. Watch out for those with heavy damage. Oh, nee, heavy weapons. Dann machen sie nämlich jetzt. Ja, jetzt machen sie kein damage mehr. Hat sich ausgedamaged. Ich bin gleich tot. Ich glaube, so viel ausgedamaged hat sich's hier noch nicht. Ach, die hinter mir vielleicht. Das könnte sein. Danke schön. Oh, ich bin sehr weit gekommen. Ja, jetzt bin ich auch tot. Falsche Waffe. Oh, lass mich einfach liegen zur Not. Bevor du stirbst oder fast stirbst. Ich bin schon wieder tot. Aber lass mich ruhig liegen, bevor es eng wird. Ich muss erst mal den... Das war knapp diesmal. Dankeschön. Ja, ich komme ja nicht mehr weg. Wir sind hier ja sowieso fertig. Ja, aber ich muss auch looten hier. Wieso komme ich denn da jetzt nicht raus? Kann man sich... Kann man crouchen irgendwie, ohne zu sterben? Nein. Kann man nicht. Ich kann halt nicht mal... Ich kann halt nicht mal springen. Ich kann auch nichts machen. Dann geht's her wie mir. Du musst dich wohl rausporten. Nein. Doch. Hilft nix. Aber hier ist Loot. Hier ist überall Loot. Und hier nebenan ist sogar ein Teleporter, den ich nicht habe. Was soll ich dir sagen? Einmal festgepackt. Immer festgepackt. Das muss doch irgendwie gehen. Ich bin doch da reingekommen. Und wenn es wichtiger Loot ist, dann wird das sowieso an deinem Postfach gesendet. Alles ist wichtig. Ich bin ein Teil der Maschine. Ja, bin ich wirklich? Und wir sind noch gar nicht fertig. Wir müssen noch eine Mission machen. Liegt der Loot da jetzt noch? Eventuell. Eventuell. Aber nicht wieder da reinbacken. Das geht nur, wenn man stirbt und da reinkrabbelt. Sieht nichts. Also für mich liegt hier nichts aus. Ja, doch. Alles noch da. Gott sei Dank. Alle lila Sachen, blaue Sachen. Alles. Alles. Oh, wie ist das? Gott sei Dank. Oh, schön, dass ich außerhalb der Mission diesen super Leck hab. Sonst hätte ich nachher noch traurig ins Bett gehen müssen, weil ich Loot verpasst hab. Immer diese Loot-Geier. Ja. Das bin ich. Ah ja, das war ein sehr guter Zeitpunkt. HQ für Ihre nächste Operation. Ja, best du mal. HQ, das ist Eugen. Wir haben die Umgebung über die Ancestors-Ruins. Wir stehen für die Ancestors-Ruins. Wir haben noch keine Tränsen von der Missing Medical Corps-Unit. Bobby ist arbeiten. Good job. Ich bin froh, dass die Missing Corps-Unitors-Members nicht mehr so gut ist. Aber diese Operation kann nicht beendet werden. Du bist sofort die Ruins-Ruins-Ruins-Ruins-Ruins-Ruins-Ruins-Ruins-Ruins. Ich muss da gerade zuhören, was sie reden. Und ich lauf mal gerade zu dem anderen Reisepunkt. Während ich zuhöre. Ich würde fast schon behaupten, ich muss hierbleiben, weil danach geht die Mission wahrscheinlich hier weiter. Das weiß ich nicht genau. Ja. I'll be waiting at the Ruins. Ich warte davor. Bin da. Hoch. Oder fast. Sollten wir aber als öffentlichen Einsatz machen? Ja. Machen wir. Machen wir sowieso. Könnte ich mir ja erstmal noch mit der Skirche durchstopfen. Mach das. Die Bitte der Lotsinn. Ich bin ja auch. Mit derart, die wir uns aufpassen. Machen wir ja auch. Machen wir. 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 Das ist sehr nett von ihr. Sie wird die Methode auch achten, wenn wir sie wählen. Das Herz zu benutzen. Was? Ich habe nur gerade einen Mentor-Lehr gemacht. Sorry. Ja, ich war es. Ja, ich war es. Ja, ich war es. Ja. Das hat viel mit springen und tanzen zu tun. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das hinfriege. Sneaky, guten Abend und enormes vielen Dank, dass du Sneaky schon wieder ein Abo schenkst, schon wieder was verschenkt. Hier gibt es viel Geld aus. Aber danke schön. Ich komme den Leuten hier gar nicht hinterher. Ich auch nicht. Und ich bin noch weiter weg. Und ich bin noch weiter weg. Okay. Ich kriege das nicht hin, rüber zu kommen in einen Satz. Ui, 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 ui. Nein. Nein. Ey, ich kriege das jetzt gerade echt nicht hin. Dann geht's dir ja so wie mir. Ja. Sonst gibt es nämlich auch immer eine Abkürzung. Aber ich kriege das diesmal nicht hin. Oh, ich bin froh, dass ich hier rübergepft bin. Das reicht mir schon. Bin ich schon mit zufrieden. Sind die schon fertig? Nö, noch nicht. Hast du für 16? Meine Güte. Wir sind fast fertig. Bin auch da. Ich bin gleich tot. Bestimmt, wenn ich hier richtig mitmache. Haha. Nö, hier gibt's nichts mehr mitzumachen, großartig. Ne? Ich bin nur schon bei 97%. Hier ist was Lilies und es ist nicht da für mich. Ich kann es nicht aufheben. Wo ist es? Ist es hier in diesem Stein? Ich kann es nicht looten. Die ist ja aggro, hä? Ich kann mich dazu, mir selbst eins zu kaufen. Ja, enorm ist es immer super schnell. Das stimmt. Ich würde sagen, wenn du da bist, dann kannst du looten. Ich würde sagen, wenn du da bist, dann kannst du looten. Wir sind zu weit. Wir sind zu weit. Es ist viel mit dieser Operation. Mhm. Ach, ich liebe Laserstrahlen. Nicht. Ja, ich bin so langsam. Die sind wahrscheinlich schon weg, bis ich da bin. Ich bin gleich tot. Ich war's nicht. Kann ich mit Sicherheit sagen. Haha. Aber vielleicht kann ich dich wiederbeleben. Kannst du so ein bisschen rauskrabbeln? Ja, bin ich schon. Äh. Guck mal, jetzt rette ich mal dich. Die quantum disintegration trap ist activated. Get up. Die quantum disintegration trap ist activated. Get up. Hier öfters. Ja, ich bin